Herzlich Willkommen bei meinem Stream, und zwar ich hab den Zug geklaut, ich weiß nicht ob das schon Aber ich hab den Kopf geklaut, dass wir das schicken Ungeminim, 55 sind, dass ich auf mein Kopf ausgesitzt mein Zug geklaut war Ist das geil Aber es fährt nicht schneller Hey, warum hat das jetzt dann dort? Das ist so geil, leider. Ja, die gibt's so scheiß, Boss, pass auf. Wir fallen gerne, leider. Da kannst du aussteigen, die Kopfgeld bezahlen, weitergrüßen. Ja, das ist geil, leider. Wenn du so dein Lofi rüberkommst. Ja, da, eigentlich. Ja, jetzt kannst du auch mit dem Weg sein. Oh nein, die Kopfgeld bezahlen. Gut, dass wir soSI. Gut, erst dann... Also pack dazn. Ach, Sin Gut! Och吧! Ja, ich kann es gehen. Ich habe vorhin immer noch andere Wochen. Ich muss einmal holen. Amerika. Ja, ich werde schon ganz in der Lande sein. So, ich habe jetzt eine Grafik von deiner Zelle vor mir. Ich stecke hier noch mal an. So, Zugführer Bernson steckt wieder heil. Ist das geil? Aber echt. Da drauf. Gumi. Da wird es noch vollkommen. Jetzt gehen wir aber Gas. Was ist denn noch klar? Es funktioniert. Ich bin frei. Sandy mit 51. Wir hören 10 Minuten Pause vor mir nicht. Stopp. Oh. Stopp. Okay. Ja, ich bin hier. Wo bist du? Wo ist Sorrentius' Büro? Im Warung von IO1. Zwei Stockwerke über dir. Aber da geht es nicht aus. Wie lautet sein Passwort? Wait, antworte mir. Okay. Großes B. 055. Immer 11. 69. Aber Arti, du musst da raus. Stell dein Abi auf. Ein Abi? Versammelt euch auf Planet Dome und wartet auf mein Zeichen. Was für ein Zeichen? Es gibt nicht nur noch ein Zeichen. Ich habe nicht nur die Zeichen. Du musst da sofort aus dem Abi. Er ist schon wieder. Ich bin deutsch. Okay? Ich bin los. Was bezeint hier? Schuss. Was? Ich bin los. Jetzt sind die Taschen. Nein, nicht für die Taschen. Okay. Das ist sicher, ja, jetzt haben wir einen Feet, ein paar noch in Gneite. Okay. Oh, die Blocke ist so cool. 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 Ja, doch, wenn Sie mich nicht zu sein, von dem Satz war, dass Sie ja nicht relevant sind. Sie müssen das wissen, wir müssen das wissen, wir müssen das wissen. Die Kipps-Lobel, den nehmen Sie sich wie ein Mann. Machen Sie Ihre Arbeit, ich mache meine, es sei denn zu gut, und das sind in euch die Kipps für mich alle. Es gibt nämlich ein Rauswehrdraum, das man vom Zug aus Tiere erschießen muss. Training für... Bingo... Glückwunsch, du bist jetzt der stolze Besitzer der Kugel vom Außerwachs, dem magischen Artefakt, der nicht die Swarm brauchen. Zum Held und Ausschalten der Kugel... Aus, ja! Sprich, im Umkreis von drei Meter den Zaun. An einer Drach... ...und was mitzat... ...nachladen wir... Einwohner der Oasis. Ich bin Parsifal, erster Amtschlüssel. Ich spreche zu euch allen, weil unsere Zukunft durchbreitet bedroht wird, die um den Wettbewerb zu gewinnen von nichts zurückschrecken. Einige von euch wissen das schon, und ihr habt viel mehr verloren als eure Avatare oder eure Waffen. Manche haben ihre Freiheit verloren. Manche sogar ihr Leben. Scheiße. Und jetzt... ...ein Kraftfeld um die dritte Quest. Ich bin eigentlich nur hierher gekommen, um einem beschissenen Leben zu entfliehen. Aber ich blieb, wie so viele von euch. Ich hab hier nämlich was gefunden, was viel größer ist als ich selbst. Eine Aufgabe. Ich hab Freude gefunden. Und ja... Ich weiß, sie stört jetzt alle, aber... ...hier hab ich Leben gefunden. Und ich will das alles nicht verlieren wegen diesem riesen Arsch noch Known in Sorrento. Gut... ZUCH! Ist das geil, alter! Ja, ich weiß nicht, ob er schon gemacht hat, dass er Zugpflanz hat, da noch bei 1500 Spiele. Und dann ein klein erster Bild. Ja, ich weiß nicht, ob er das auf Badenzug ist, das ist geil. Fragt euch selbst! Seid ihr bereit, für die Unis ist auch neu zu fallen? Seid ihr bereit, zu kämpfen? Ich bin Parzival von den Handmannen. Im Namen von Artemis, im Namen von Age, im Namen von Daito und Shaw. Komm! Schließt euch uns an auf dem Planeten, du! Im Namen von Champs-Hallie, der besser geht. Rettet mit uns, die Oasis! Na ja, du bist so hoch, Mann, oder? Na ja, du bist so hoch, Mann, oder? Na ja, du bist so hoch! Häh, da geht's gut! Ist das geil, Leute? Ist das geil, bitte? Jetzt man hört es mal viel mehr Mordfoto, verfreundet. Hallo. Hi. Na komm. Scheiße, ich hab dir zugeschaut. I've captured the train. Das ist geil, das ist geil. Ich hab dir einen Freie auffahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann brauchen wir einen zweiten. Vielleicht kann ich ja den Zugpiss brauchen als Lager. Das ist ein perfektes Koko-Tascha und das müssen wir mitnehmen. Und für das haben wir einen Alf. Kann man aber von den Gleisen nicht fahren. Pass auf meinen Scheiss auf. So. Anforsiken. 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 Geh weg bevor sie da wischen. Geh weg. 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 Das war's. Na, es hat schon viel miterlebt. Schon ganz gatschig und alles. Ist wieder hübsch. So. Ich brauch trotzdem nur ein Heuer. Ich glaub der Frümsch hat's nicht so schlecht, dass da steht was im Wasser. Schau top. Schnell, 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 Alter. Schau. 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 Guck. Der kommt weg. kacken dreck super das scheißteil ist dort irgendwo im wasser, wo es nur so von krokodien und dann, wie mal, wutsch Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich kann es meinen Schaunen. Ich kann es meinen Schaunen. A Froggie, a Froggie oder den Römerse. Froggie, ja geil, nehmt mir den Mütter da. Amnam, eingeschränkt, lecker Futter, Sahel. Schöp. Schöp. Das war's. Das ist ja das, was ich brauch. Aber du schaust so aus wie das Ding, was ich vorgehabt hab. Na, halt hin. So, passt. Zug fahren. Gut Leute, ich verabschiebe, oder? Sollen wir die Zugtür anreißen? Sollen wir's machen? Ja, ich mach die Zugtür erstmal scheißegal. Keine Zeit zuschauen. Waldemar. Hey, da quabbelt auch so was. Komm her. Weiter. Warum drauf schießen, wenn man sein Ohr stritten kann? Ich will meinen Zug nicht verlieren. Ich hab schon öfters so Vieh erlebt. Das geht mit kleinem Vieh. Ja. Ja. Das kann man einfach kicken. Dann haben wir's. So. Land einladen. Wir setzen unsere Tour fort. Okay. Komm her. Komm her. Und sieh. Komm her. Komm her. Okay. Komm her. Jetzt machen wir uns eine Tue. Zugführer, hör' ich. Haut rein. So ist der Einsatz genau das. So, das geht es doch gut. Und so wird wieder wir die Abgieelener. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Also ist es klar, dass man es mir lassen kriegt, oder was? So ist es ein Schlag, geiles Teil, dann nehme ich das Suppenfleisch auch mit. So ist es ein Schlag, geiles Teil, dann nehme ich das Suppen, geiles Teil, dann nehme ich das Suppen, geiles Teil, dann nehme ich das Suppen. Dann nehme ich das Schlag wieder runter. So. Die Schlag ist eh scheiße. Jetzt steig wieder aufs Dampf raus. Geil weg! Geil weg! Ich will mein Pferd nicht niederfielen. Alter, da schleicht der einfach. Wie war es denn? Es geht nicht weg. Ich weiß noch nicht, Schlag ist zu. Das ist Qualität zu uns, als Schlag ist. Und es может nicht, Schlag ist uns. Glad to get's. Geil, wie das knüht. Leider, die automatische Zuhilfe ist manchmal so vom Arsch. Leider, die Tiere vom Zug aus erschießen. Dann gibt es wieder Belohnung. Ich kann keine Wärtschaft reißen. Ich kann keine Wärtschaft reißen. Ich kann keine Wärtschaft reißen. Aber egal. Wie war es denn so? Noch Gewürze. Ist das alles noch reingeholt? Ich kann keine Wärtschaft reißen. Die Kletterwurz. Da war auch irgendetwas. Ja, das ist die Wärtschaft reißen. 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 Munition nachzudenken. Ja, ja. Da war ich wieder einmal vorbei gekommen. Böner jetzt. Die Kleinrunde ist die Wärtschaft reißen. Mach 8 pf. In chore traum 15. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Außer dem Glauben kann man da vielleicht was verarmen. Cornerback. Nix. Zum Essen. Nix. Gut. Die richtigen Grenzen. Warum sie dich immer versteht. Hey! Dafür schick ich an mit Dickerchen. So. Ja. Ah, die Grenzen schon weg. Weiter geht's! Mir macht das Teil Spaß. Na! Schon wieder! Alter! Das gibt's ja nicht! Warum hat sie die Scheiße wieder versteht? Ich hab aber nix getrunken. Warum hat sie die Scheiße wieder versteht? Ich hab aber nix getrunken. Ja. Ja. Ich hab die Idee. Ja, ich fahre, das ist so wohl. Ist das geil oder was? Er hat voll Freitkot. Ich werde mich jetzt muten und kann ihn beim Filmpireiter anschauen. Aller meiner Lieblingsfilmpireiter ist Ready Player One. Ich stehe zu lassen. Ich stehe zu lassen. Ich stehe, ich stehe, ich stehe, ich stehe! Ich stehe, ich stehe. Ich stehe weiter. Ihn gut subscribed. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020